Ich möchte euch heute meine Meinung zu The Breath of Winter von Carina Schnell mitteilen. Ich mochte das Buch ganz gerne, also es war auf jeden Fall um Welten besser als die Todesbotin von ihr. Ich bin sehr froh, dass ich ihr nochmal eine Chance gegeben habe. Ich mag das Worldbuilding richtig, richtig gerne, auch so das Konstrukt an sich und die Story ist wirklich cool gemacht. Das Einzige, was mich ja doch sehr gestört hat, sind so ein bisschen die Charaktere. Also an sich sind die cool, aber die sind wieder sehr, sehr schwach ausgearbeitet und es gibt halt so keine Entwicklung, sag ich mal. Und dann haben die zwei Protagonisten miteinander wirklich keine zehn Sätze geredet in zwei Wochen und sind unsterblich ineinander verliebt. So, what? Das ist für mich einfach eine super Unleashed und da gibt es noch so ein paar andere Teile. Aber ich würde dem Buch 4,25 Sterne geben und es ist auf jeden Fall spannend gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das Ende war krass. Ich meine, an sich war das Buch super vorhersehbar, aber tatsächlich das Ende hätte ich nicht erwartet.